Es geht schon wieder, Stufe 4. Ja, Stufe 5. Stufe 8. Guck, ich bin besser als die alle anderen. Du hast das schon mal gespielt. Gefällt mir. So. Ne, gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Wer zum Überspringen macht es nicht schneller. Doch, jetzt also, mach du die Antwort wieder. Du, 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 du Gisela. Ja, ich bin Gisela. Hallo, herzlich willkommen zu FW5 Arcade mit allen, die da links stehen. Grüßt euch. Wovon nur 4 auf dem TS sind. Ja. Jawohl. Man muss auch die Wütigen, die einen die ganze Zeit abknallen. So, jetzt hier also. So. The Cloud zieht ganz geil aus. Genau, das nehmen wir hier ganz links. Ich stimme. Nö, ich nehme das ganz rechts. Ich bin Außenseiter, deswegen muss ich, ich muss das zwangsweise nehmen, deswegen. Ja, wie immer. Wir haben das rechts, oder? Ja, ne. Wenn man immer 88 hat, dann geht es ja auch nicht anders, ne? Ich hab, ich hab nicht gerne Sportwagen. Ich bin Linker. Bin in der Politik links. Ne, er ist grüner, deswegen will er Elektrowagen haben, weißt du? Ja, genau. Grün. Grün, darum leuchtet es auch grün. Achso, für alle Zuschauer, es ist nur eine Spaßsendung. Ja, also, dieses Spiel ist mir selbst noch nicht aufgefallen. Also, ich bin eigentlich semi-Profi in dem Spiel, also, wenn wir mal verlieren würden, wäre ich nicht dabei. Ich bin ehemaliger Profi in dem Spiel, wie uns. Geil, es gibt überall Wurfmesser. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Und ich geh schon irgendwie direkt los. Was ist das für ein Ding hier? Das ist kein automatischer. Okay. So, jetzt hier das perfekte Spiel. Die Schüsse kommen schon. Es gibt sehr viele Ausraster und sehr viele Lacher, das muss man auch sagen. Hier durchs Wasser, durchs. Oh, take down, take down, take down. Nein. Was hätt ich denn gehabt? Ich muss was gestimmen. Hätte, könnte, können und aber. Hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Nein, das hier. So. Ich glaube, auf der Map ist eine Schottgar gar nicht mal so verkehrt. So, ich geh hier runter. So. Na, wieso lässt er los? Wieso lässt er los? Soll der Nutz ernsthaft? Alter. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Der ist jetzt ernsthaft da runtergefallen. Ne, wir sind nicht vorne. Ich dachte schon, wir sind mal vorne. So, nochmal. Also, die ist genauso scheiße. Das ist doch dummer die Klasse hier, ey. Die sind die Wurfmesser. Irgendwer sich, ach da oben. Nein. Alle haben Wurfmesser. Nein, wie die sind, können wir die verwenden? Äh, du solltest den Kopf treffen. Oder ist einer. Nein, falsch genommen. Ich habe einen getötet. Der Loser, der Loser. Also, wer von mir getötet wird, der ist echt ein Loser. Aha, getroffen. Ja, eben. Wo scheiße das wäre. Wo scheiße das wäre. Wo scheiße das wäre. Das ist eigentlich viel besser als das, was ich hier abnehme. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie das schon wieder losgeht. Was jetzt? Der hat uns mit einem gescheitert. Ich bin der ungenielte. Ich gehe da nicht mehr runter, ey. Da sind vorliegt, jetzt um. Schwer-wahrer an der Konkurrenz. Alle diese Kälte, da dann mit so gut ist. das ist glaube ich ein Spieler aus Russland nach den Namen zu erteilen Ivan irgendeine Nummer Ivan Ivanov ich hab'n gekillt also Wurfmesse sind ganz gut, eins in den Rücken und das killt wer sieht mich da noch? irgendwie findet ihr das auch voll schwer das ist schon leise also irgendwie das ist ein Scheiße wenn ich so unterstützt mich mal wär ja man ist das hier warte also man merkt wie es ein Profi ist ja einmal mit Profis arbeiten ich sag's euch ja welche Klasse nehmen die jetzt? ich probier mal ich probier mal den Bogen dass die mal instant treffen ey das ist eigentlich ich hab'n gekillt so'n Loser ach so die ist Tötengeräusch werden bei mir Leute heute sehr oft töten und die abgesägte Shotgun wuhuuu ich die Shotgun ich spiel nur noch mit Shotguns ja ich ich wenn du mal treffe dann ist das die alle Wangen wenn du mal triffst dann sind die alle Wangen ach komm was war das für ne Scheiße ich hab's gar nicht gesehen ja kilt einander dann muss ich euch nicht mehr ja jawoll das ist gut nein was? das hat ich hier schon ich glaube da äh der Hand zum Alex hat einfach so einen Namen geändert Newplay ne ich spielte es trotzdem mit ähm das muss verstehen wie viele Explosionen sind die heute eigentlich noch du Bjarne Oh Smokrenade ne er heißt Bjarne ich hab irgendwie voll angst hier rumzulaufen also oh nein Ivan Las Vegas Las Vegas Las Vegas Ivan Du warst du Las Vegas Las Vegas ne er labert er labert ihren Mist erstmal ich geh einfach mal hier hoch so hab ich schon mal erwähnt dass diese Tagdown-Steuerung beschissenes wie das ist es ist es wo Nein Boah Halt hör mal Shotguns Hey Leute aber wir verlieren grad mal nicht Haus hoch so jetzt bitte mal irgendeiner oben rechts äh gucken und dann unten in die Kommentare schreiben wieviel killt sich ab hab ich gar keine andere bei mir sehr viel die Shotgun Bros laufen hier rum boah ich werd mal ja beschissen du schaffst gehst du jetzt wieder hin ach ach ähm das geht ja ab eh wir sind natürlich Profis sind Profis hochqualifizierte Profis wir verlieren ja ganz äh wir verlieren noch nicht das sieht nur so aus nein wir gewinnen eigentlich sind wir das orange Team man sieht es nur nicht äh äh eigentlich sind wir die Orangen das sieht nur nicht so aus wir haben den Doppelagenten-Mod an das heißt wir haben uns beim Gegner eingeschritten Doppel-Null-Agenten-Mod schon oh jetzt oh diese die boah äh hat der der Klasse zu wenig Munition nein ah man ich drehe mich immer zu reichen ich hab ja diese eine Klasse äh jetzt so ne ok das war ich 4 Minuten aufgenommen und schon verkackt ey weißt du ja 8 Minuten hey aber ach stimmt 31 ne wir haben früher angefangen auf den tschüss ok und Stufe 9 Stufe 9 komm schon nein und Stufe naja Stufe 6 naja Stufe Stufe 8,9 können wir sagen ich frag mich grad nur das gefällt mir vielleicht für was brauche ich die 300 Dollar so die kannst du dann im Hauptspiel benutzen wow checkste checkste ha nein das Hauptspiel ich will hier das mit dem PC Raum spielen ist das so wo man ganz klein ist und der Raum ist so ganz groß so so nachmacher ja so PUBG nachmacher das will ich nee Toy Story nachmacher äh PUBG äh TTT meine ich wir sollen mich nicht auswählen ich will das das ist der Links das ist der Links das Links ist Lost on Mars das ist Lost on Mars deswegen nehme ich es auch nicht Alter vielleicht gibts da diese OP Waffen dann ne das in der Mitte deswegen ne ne das haben wir ne da haben es ja ja das nehme ich auch mit Lost in Sea obwohl nicht nur das zweite von rechts würd gern ich würd ja gern also wenn der Countdown da oben abläuft auf mir dann maps von maps voten ja komm schon 1 2 so 3 ja 4 das ist geil komm das muss gewinnen nein ich denk das gewinnt nein das hier soll gewinnen nein das was wir spielen jetzt TTT wir spielen das Spiel jetzt zum Absturz hier das ist schlimmer als im Online-Abenteuer warte es gewinnt ach nichts das jetzt nicht mehr was 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 nicht euer Ernst sagt einfach mal fickt euch da 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 genau die die ich wollte so Countdown 6 Minuten das klingt doch gut die reichende Punktzahl wir werden 6 Minuten die reichen infinite ammo das klingt doch gut ich nehme hier wieder Shotgun ich nehme den Farmer ich bin Farmer ich bin Farmer die erste hier jetzt geht es uns schon direkt los aber ich will diese automatische die ist viel geiler als wenn du automatisch ist wirklich geil ich hab überhaupt keine Ahnung Loser Alter man hat keine Granaten was個 ganz schnell wieder weg was ist was ist Piercing Ammo welche ist besser die normale oder die Piercing Ammo was wir Ces проч 차�oy Keep lasting ammo ist glaube ich nochmal ah das ist hier ach ok ja gut also welche verwenden wir jetzt besser Ja, das fragst du dich jetzt am besten selber. Ich habe zwei hintereinander umgebracht. Das ist erstmal mit einer Hau werfen. Naja, Rekord. Ja, ich habe bis jetzt einen. Das ist mein persönlicher Weltrekord. So. Wo? Da. Alter, ich treffe einfach gar nichts. Ich werbe aber, ich kill die Leute halt nicht. Ich sehe sie immer zu spät. Wo? Wer? Wir hatten einmal so Dings mit so richtig geilen Dings. Du meinst Dings oder wie? Dieses Casino Map. Nein! Ich fand über der Casino Map die Klassen am besten. Ich habe echt keine Ame. Alter. Bei der Shortcut musst du halt am ersten Schuss einfach treffen. Ivan Ivanov. Starker Name auf jeden Fall. Also wenn du gegen mich spielst, dann kannst du auch beim dritten Schuss noch daneben hauen. Okay. Achso. Mit der Shotgun. Wer ist das? Okay. Ich habe mal eine andere Shotgun mit vielleicht besserer Munition. Oh, Feuermunition. Da liege ich. Ach du. Verloren. Wie backen die alle rum? Das ist ja der Hammer. Ja, was verloren? Ja, was verloren? Scheiße. Erstmal den Farmer. Kommen wir. Der Farmer mit der Feuer... Niederlage. Ähm. Das waren 6 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob es was anderes gibt. Auf alle Fälle gibt es keine andere Musik. Den, den, den. Ich habe die ausgesprochen. Die Container, die Container. Naja, das hättest du vielleicht mal vorher herausfinden sollen, ne? Wer ist das drauf? Äh, die Container. Nein, ich habe, ich sage es so, ich habe sie aus. Mehr sage ich nicht. Kontaminator. Nee, Container. Irgendwas her, da braucht man 75, da kommen wir vielleicht mal ein bisschen weiter. Oh, liuuuuu. Entschuldigung. Also, aber, ähm. Steiner. Also, ich bin ein großer Fan von Pung-Jocke. Was? Da killt mich immer. Das sie nehme ich. Obwohl, ne, das. Ist, ist Dings noch drin? Oh. Die Switch beginnt in, jetzt. Wer hat denn jetzt nicht für die Container gestimmt? Ich. Ich. Wer wollte die Container? Ich. 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 Justice hat nen Hammer. Äh. Wart auf Spieler, okay. Waiting for our players. So. Äh. Ich nehme wieder die zweite. Ja, ich auch. Te- short. Weitte ist das zweite ... 鹿. Gier doch weg. Weitte ist doch gar nichts ... Device, yeah ... Das meine erstmal... Puh. Ist es nicht ... Nee, ist es nicht. Okay. Ist es viel zu groß. Ich sehe sie jetzt schon. Was ist das für eine Weg, Alter. Nee hier gar nirgends mal, einer. So haltsch. Ich weiß, dass jetzt vom hinterher kommt, ne. Ich kann halt kein sacrifices. Ich rappere immer mal Tim Porsche nach, bis er tot umfällt und kann dann weiß ich da vorne Wir laufen jetzt nur noch. Komm schon, hier muss irgendwo einer sein. Okay, da ist einer. Du liegst hinten. Ich hole meinen Hammer wieder. Schnauzen von mir. Erragos, Erragos. Erragos the man. Geht's hier rein? Ah, nee. Hast du das gesehen? Erragos rasiert. Der Razor ist am Start hier. Scheiß, ich war nicht gerade auf. Ich werde von hinten abgeschossen. Ich werde von vorne abgeschossen. Kann ich nicht raus? Oh ja. Das ist ja cool. Guck mir mal das erste Setup an. Okay, das sieht irgendwie besser aus. Naja. Eine kleine Nebenproduktion für lange Weile. Also, ich habe wieder zwei Kills. Ich bin mindestens so gut wie vorher. Ich habe ihn gekillt. Ach, du bist ja. Ey. Ja, toll. Verdammt. Wie oft denn noch, ey? Eben war es noch lustiger, bevor wir angefangen haben. Ich habe noch einen gekillt. Alter, jetzt bin ich ja richtig gut. Ja, hier haben wir wieder. Er ist gut. Das bildest du dir nur ein. Dann kriegst du ja gleich wieder einen Höhenflug. Geh doch mal weiter. Alter. Ich will nicht runterfallen. Lol, ja. Lol. Cool. Ach, da kann man doch hinten rum. Na, das, da, da wusste ich nicht. Das werden so die Hassfolgen von mir sein, ey. Die dreckigsten Folgen des Kanals, ey. Verdammt. Die Leute haben wir ihn gar nicht mit mir rum. Ich wusste gar nicht, dass er da war. Ist meistens so, ne? Keiner da. Eigentlich schön entspannt hier vorne. Oh, du Kackspiel. Wo ist der? Warum denn? Hat der jetzt weggelaufen. Weil ich nicht bei den Optionen bleiben kann, weil ich immer wieder rausgeschmissen werde. Das ist geil. Und du willst die Cursor-Geschwindigkeit ändern, lässt sich nicht machen. Jungs, können wir eigentlich mal hochführen. Was war das denn grad für'n Geräusch? Äh, das war ich, weil ich in die Affen, die Affen geschlagen habe. Boah, Leute, ich bin imber. Ich hab schon drei Leute gekillt. Guck mal, ich hab grad, warte, ich hab grad, ich hab grad vier Kills, aber ich bin nur ganz vorne. Na, doch mal schneller. Einfach irgendwie dumm rumzappeln. Ach Gott, ey. Ich krieg da noch so'n Anfall von, ey. Ah, scheiße. Äh, wo muss ich hin? Ne, hier will ich nicht hin. Hier will ich hin. Wo ist denn noch ein bisschen zu viel Maus? Wo stell dir das jetzt ernsthaft allein? Oh, scheiße. Wo wirst du halt gehen? Entschuldigung, das ist so oft passiert. Ah, so stimmt, geil, das ist ja, danke. So. Schon geil, ich glaub, die haben unseren Sporn. Ach, Quatsch. Vorsicht. Ach, jetzt sind wir da ganz hinten. Alter, Manu, ich wollte nen Take Down machen. Guck mal, ich hab sieben Kills. Du killst Dealer. Wie kriegst du sieben Kills hier eben bei diesem Spielmodus? Welche Waffe hast du? Die erste und die zweite? Hä? Ich bin grad im ersten. Ich hab, ich hab das erste ausgewählt. Aber ich hab auch sechs, sechs Tote. Also ich bin praktisch. Oh, danke. Oh, scheiße. Alter. Oh. Ja, du Pisse. Entschuldigung. Take Down, take Down. Oh nein, die ist ja keine. Oh Mann ey. Ich will's nur verstehen, ey. Ich hab da hinten voll umgekloppt. Der hat dich so umgebracht. Ach du, da hinten. Und dann rennst du raus und wirst abgeknallt. Leute, lass mich raus. Da fallen so um wie die Fliegen. Ja. Scheiße. Wie die Fliegen fallen sie hier um, ey. Ich hab einen gekillt. Endlich. Aber die andere hat einfach eine 23. Noch einen gekillt. Ja, langsam das Spiel, wo es waren hier. Bis wir am nächsten Teil nochmal ne Aufnahme machen hier. Ja. Unbedingt. Unbedingt. Langsam werden wir, glaub ich, besser, oder? Ach so, der ist gar nicht. Ey, ich hatte keine Muni mehr. Entschuldigung. Nein, raus. So. Das Problem ist, bis der anfängt zu. Ich hab den grad unter der Türschwelle abgeschossen. Bis man anfängt zu schießen, bin ich schon tot. Also die erste, die erste Waffe ist die die beste, oder? Ey, musst du doch schon durchlaufen, so. Wo, wo? Weißt du, wie ich mein? Vor allem immer von den gleichen, ne? Das ist noch besser. Ja, es sind halt immer nur fünf Leute da. Es gibt zwei, die würd ich nicht wissen. Hä? Hä? Ich geh jetzt immer aufs Fenster. Ich geh gleich auch mal wieder rein. Oh, scheiße, das Dynamit. Ich geh immer aus dem Fenster, ah, das Dynamit. Ach, wenn da hinten kommt jemand. Jetzt bleib ich mal drin. Gucken, wie man sich... Ich dachte grad. Ah, wo? Ah, Alter. Ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So, eine Frage an den Higi. Wie lange nehmen wir dann schon auf? Ich hab zwei. Wie lange nehmen wir schon auf? Ähm, 19 Minuten. Aber wir haben ja bei der Vorrunde schon angefangen, aufzunehmen von nachher. Ja, aber die schneide ich raus. Ja, deswegen sind wir ja nicht bei... Also müssten wir das Ganze noch ein bisschen durchhalten, oder? Also im Endeffekt sind wir ja noch nicht bei... Äh, ups. Ja. Im Endeffekt sind wir ja noch nicht bei 19 Minuten. Ach so. Das ist ja... Oh, das ist ja... Nein, sie sind interessant, gell. Boah. Tim? Ich bin das... Also der Typ, der grad'n Dynamit geschmissen hat, hat mich auch noch gekillt. Ach. Äh, Eragos hat mehr Kills. Was? Zum Glück hab ich noch nicht die Face-Generation, eh. Vielleicht noch nicht sterb war die ganze Zeit. Ach komm, jetzt geh ich mal wieder raus. Uah. Oh scheiße, das Dynamit jetzt. Oh, gekappt. Wenn man bedenkt, dass ich Schuze überhaupt nicht drauf hab. Wenn man bedenkt, dass ich's überhaupt nicht drauf hab. Gehst du grade richtig. Und ich campe hier wieder, so ein richtiger Tim. So richtiger Tim. Aha. Genau das Bond 2. Ach stimmt, hier bin ich ja zu Anfang runter, stimmt. Stimmt ja. Ich mein, ich war bei dem wir uns spawnen, aber wir... Also ich war nicht sehr fiktiv. Äh, bis hier geht's nicht weiter. Hat Tim grad die Kills gemacht? Ja. Okay, wir haben verloren. Ich hab zwei Kills gemacht. Hier geht's weiter. Nee, jetzt kommt wer von hinten. Ich hab noch nen Kill gemacht. Manu, ich hab grad zwei Wechsel beim... Ich hab noch nen Kill gemacht. Ich hab noch nen Kill gemacht. Hör was? Ach so. Ich will's doch nur verstehen. Scheiße. Das ist das Wort, was wir heute am meisten hören werden. Jetzt geht nochmal in... Ach, Diffy? Nein! Immer, immer wenn ich davor bin, jemand mit nem Take-Down-Platz zu machen, kommt dieser Niederlage-Score. Aber wir sind bei... Merken? Ich bin auch letzter, ey. Alter 18! Komm schon, Stufe 10. Leute, habt ihr das Gefühl, ich hatte mehr Kills als Tode? Ich hab fast mehr Kills als Tode. Ey, da war er richtig gut. Also ich hatte 4 und 18. Ist schon irgendwie... Bewertet diese Map mit Gefällt mir. Ich hab auch. Das kriegt nen Like. So. Sind wir rausgeflogen? Nee. Ich kann jetzt auswählen. Schon? Also ich kann dich auswählen. Ich auch nicht. Ja, das können mit dir ja noch manche immer. Ich versteh halt nicht, warum es so lange dauert, 5 Maps künstlich zu generieren. Du bist grad irgendwie voll leise. In der Zeit hat sich Ray dreimal nen Porsche gegeben. Du bist grad irgendwie voll leise, wenn du redest. Was? Rauschen hast du auch. Vote for next. Guten Rauschen hab ich auch immer, aber... Wat voten wir? Ich nehm das Wasteland, so. Ich nehm hier das... Ich nehm das Rainbow House. Und dann nehmen wir das ganz rechts. Ne, das Rainbow House. Wieso nicht das Rainbow House? Achso. Nein. Das ist eigentlich scheißegal, weil das Wasteland hat ja sowieso schon. Und dem 80, ja 80, das... Ja, ist das jetzt besser? Ja. Alles so wie vorher. Also... Mikro falschrum? Nee, das ist verrascht. Okay. Es ist 80. 2, 1 und los geht's. Die Bitteration beginnt. Aber bitte komm, dass gescheite Klassen hier drin haben. Die Map muss erst noch geladen werden. Alter, du könntest das so geil Klassen-Einteilung machen und dann über viele Maps ist das einfach so richtige Scheiße nur als Klassen, also als Waffen ausgewählt. Ich hab gut bewertete Maps, oder wie er es halt heißt. Es wäre halt geil, wenn man einfach nur seine eigene Klasse erstellen könnte. Warte auf andere Spieler, das ist jetzt nicht euer Angst. Wir haben ja erstmal die Alien-Waffen reinpacken. Ja, genau. Mach dich One-Shot und du despawns einfach. Alter, ich nehm hier Brotherhood. Das letzte ist meistens immer die beste Wahl. Okay, ich hab jetzt irgendwas. So, 11 Minuten müssen wir durchhalten, oh Gott. Was hab ich denn jetzt? Die Map kommt mir irgendwie bekannt. Hab ich das schon mal gespielt? Wow. Es geht hier ab. Ja, ich hab den Sniper auszusehen genommen. Die Gegner führen! Kann ich irgendwie respawn? Vielleicht. Ah ja. Respawn. Du nimmst ne Granate und wirfst sie vor dir in den Boden. Ne, jetzt kannst du auch im Menü respawn, aber ich glaub Granate würde schneller gehen. Was habt ihr jetzt genommen? Was kann man empfehlen? Eine Exurzeit ist ja zu schlecht, ey. Also ich hab den zweiten genommen, keine Ahnung wie der heißt. What the hell? So, jetzt nehm ich mal das erste. Also, der dritte ist ja richtig kacke. Da sitzt einer in der Hütte. Hä, wo bin ich denn jetzt? Komm ich hier wieder raus? Hier? Also ich hab den Raider. Ich auch jetzt. Den Ragequid. So, hier komm ich raus. Ich hab mal das dritte genommen. Rubman. Rubman Yachthafen, eigentlich. Alter. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Was geht denn ab? Warum haben die Aim? Oder war einer? Warum haben die Aim? Wie kann das sein? Ich hol mir gleich Skill per Aim-Bot hier da. Hier hat der jemand einen Schockgun. Ich will auch. Hier Schockgun. Was ist Schockgun? Ich tue jetzt auf Camper, obwohl das in diesem Spiel gar nichts bringt. So, geht's hier weiter. Ah, scheiße, da ist wer. Verlauf dich nicht. Also, ich probier jetzt mal die zweite Klasse fehlt mir noch. Da hab ich einmal ausprobiert und bisher gefällt mir noch keine. Wirklich. So, jetzt bin ich auch mal Raider. Jetzt bin ich gespannt. Wer ist das? Zweck Poohigi. Alles klar. Wo geht's lang? Hier. Alter. Was sind Vögel? Äh. 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 Ich werfe einfach gerade. Ich werfe gerade auf den Typen, meinen Schläger. Der trifft der Wand und fliegt einfach mir wieder genau vor die Wiese zurück. Ach komm. Ach, scheiße. Ja genau, der hat mich glaube ich gerade durch die Wand abgeschossen. Achso, ja. Okay. Äh. 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 Hör auf auf dem. Äh. Äh. Wollen wir doch nochmal dir hier. Hi. Äh. 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 Was war das? Keine Ahnung. Ich war auch so auf Film vor allem. Pff. Ich hatte einen. Ich hatte einen gekillt. Ich bin viel zu lange Arsch. Ich bin viel zu lange Arsch. Warum hatte ich keinen Abkaufs geweht? Schlichen Wort dem. Mit meinen Fäusten. Ich probier's nochmal da mitkommen her. Ne, ruhig jetzt. Ach Raider, komm. Komm her Raider. Ist das hier, was ist das? Ist das eine Annäherungsmine, was ich da hab? Ne, Remote. Oh, ein Aragos ist da. Ah. Ich klettere auf, obwohl ich das nicht will. Ich will nicht klettern. Ich will nicht klettern. Ich bleib mal bei Bjarne. Aragos, du bist schneller, wenn du springst und hüpfst. Ja, das war keine gute Idee. Also, das, was ich vorher abgeschossen hab, werde ich jetzt abgeschossen. Das ist so, ich bin der Beste bei uns im Team. Das ist so eine Lernkurve. Oh, da ist er wieder. Ach guck mal, da hängt einer. Ja. Oh, kein Schalldämpfer. Stimmt. So. Schalldämpfer ist für Anfänger. Ja. So wie dich. Oder für Wildlands. Oh. Oh. Ah, da hinten. Was ist die eingestellt, ey. Ja. Ach so. Ach, ich brauche irgendwas mit Zielbeschwerden. Ach, bisher. Ich krieg nicht mal einen Kill hin. Das ist doch der Hammer. Ich hab auch noch keinen. Ich rotze an bis zum geht nicht mehr, aber das letzte bisschen kannst du vergessen. Ja, gib ihm doch ein Taschentuch. Ach komm, jetzt nehm ich mal den. Jetzt nehm ich auch mal den Raider, bin ich gespannt. Oh, wo geht's raus? Oh, das ist keine gute Idee. Okay. Okay. Ein halbes Flugzeug. Ein halbes Flugzeug. Okay. Ich habe ihn. Keine Angst. Keine Angst. Äh, da muss ich haben. Man muss sagen, es ist ne spontan Aufnahme. Äh, wo? Da vorne. Oh, cool. Wie spontan. Das ist alles geplant. Wir haben alle dafür trainiert. Äh, ja, äh, ne halbe Stunde. So das nächste E-Sport, oder? Ja. Nächste E-Sport Event wäre das hier. Das war auch von uns Vollidosen organisiert. Bitte nicht. Also doch, doch. Solange wir nicht spielen müssen. Ja. Solange wir noch. Solange ich nicht spielen muss. Solange ich nur aufnehmen muss, geht's ja noch. Wie funktioniert es mit dem Takedown? Boah, ich habe einen gekillt. Hallo. Alter, Spiel. Mit Headshot zufällig. Stand da oben rechts ziemlich grad. Kills 1 zu 8. Läuft. Hallo. Ich habe ja Wurfmesser. Ich probier's mir hier oben. Eragos, ich habe zwei Wurfmesser. Nein. Wie kann man an so einer Leiter vorbeilaufen, war ich mich grad. Weil ich da nicht hoch kann. Deswegen. Oder, oder. Ne, war die falsche Seite. Oh. Das war keine Gegenidee. Ah. Der Punk-Joke ist am Arsch. Oh. Bin ich gleich auch. Glaub, du wurdest entdeckt. Ja. Wurde ich auch. Meinst? Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Ivan Ivanov hat wieder einen Kill gelandet, du. Nehmen wir die gleiche. Okay, dann da rein. Ich fahr auf. Was? Was? Oh, der Tim Porsche meldet sich auch mal wieder zurück. Ich war höchst konzentriert. Ach so. Ich hab ein paar gekillt und trotzdem bin ich noch vor dir. Oh. Was ist hier? Oh. Oh, Blüss. Ich dachte, das gibt es hier nicht. Warte mal. Wovon kriege ich denn gerade Schaden? Von dir. Lol. 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 Da kommt der einfach plötzlich von hinten. Lol. Oh, das reicht. Ich bin immer noch von dir. Alter. Wohl kacke, diese eine Waffe muss ich immer erst umschalten. Wieso ist dieses Ding jetzt so scheiße eingestellt, ey? Du überlebst. Du überlebst den direkten Treffer von einem Granatwerfer. Aber das ist scheißegal, weil der Typ hält dann ein Sturmgewehr auf dich drauf. Macht Sinn. Oh, da ist ein Schalldämpfer drauf. Die nehm ich. Ich lauf wieder Tim hinterher. Äh, wo geht es denn hier raus? Da. Oh, warte. Hey, da oben ist einer. Aha, ich hab... Iggy, ich hab die Alienwaffe. Im Ernst? Ja, hab ich gerade gefunden. Oh. Die bringt mir mit Sicherheit nicht viel, aber... Welche denn? Welche? Die Sniper? Die Shotgun? Nee, die... das Gewehr sozusagen. Die... die Rifle? Wo lag die? Äh, die lag da unten, wo die Blissfässer sind. Hast du das gesehen? In so einer... coole sozusagen. Hat er gerade auf dich geschossen, oder wie? Meinst du da, wo auch der Heli ist? Mich? Ja, da hat er umgebracht. Ich hab... Hä? Ich lebe da noch. Ja, ne da, wo auch der Heli war. Was ist jetzt los? Äh, ich hab grad Ivan Ivanov die Faust in die Eier gegeben und dann Tankdown gemacht bei ihm. Okay. Eragos, da wo auch der Heli liegt. Äh, äh, so. Äh, ich weh auch, nicht da runter. Das sah also geil aus. Ich schleiche ums Hauseck rum, er steht da Puh voll in die Nüsse. Äh, die ist schon... die ist schon OP jetzt. Nein! Ah, verdammt. Oh, ist die wo die... Mann! Scheiße. Ich wollte jetzt aufsummeln, aber da war ja ein Gegner. Hast du dich? Oh, jetzt bin ich hier, ne? Oh, Spread Eagle, alles klar. Was? Hat der irgendwie... Hackt der? Warum? Ich hab... Er hat nicht mal Schaden bekommen, ich hab irgendwie drei Sekunden auf ihn draufgehalten. Wahrscheinlich. Er macht einfach Instant-Sets. Ah, 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 ah. Tinnitus ist am Start. Ich glaub, der... Äh. Verarscht uns grade, ja. Schon, oder? Ah, nicht ernsthaft, oder? Du wirst gleich verlieren. Du wirst gleich verlieren. Na im Ernst? Wo... Wo bist du... Als ob du wirklich die Alien-Waffe gewunden hast. Ja, dann schreib dir mal den Nick-Namen auf, dann melden wir den gleich mal. Scheiße, die hat jetzt einer. So richtig, so richtig die Low-Bobs, die wieder rumhalten. Hey, der cheatet doch! Ja, aber der cheatet, wirklich. Ah lol, der andere hat jetzt die Dings, die Alien-Waffe. Das ist der mit einem Umhang, oder? Nee, aber der wurde, der wurde umgeschossen. Der wurde schon umgeschossen, John. Nein, 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 der ist grade aber rum... Äh, echt? Wo denn? Du wirst gleich verlieren. Wo denn, weil ich will die Alien-Waffe, wenn die irgendwo rumliegt. Die ist richtig geil. So, jetzt ganz schnell weg. Warte, 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 warte. Hey, Bjarne fang! Was? Nochmal? Was ist das? Ähm, ja, ich bin nicht mehr vor... Doch, ich bin auch vor Tim, aber der jemand aus dem... ...dem wir nicht kennen, ist... Tag! ...dem Team Erster. Wo? Wo? Erste Hilfe. Purtoy. Nichts. Purtoy. 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 Das ist auch so eine einmalige... Das ist auch so eine einmalige Aufnahmesache. Purtoy ist zu... Wir müssen einfach nur besser werden. Ja, gut. Wir müssen einfach... Wir trainieren noch mal fünf Stunden und... Wir trainieren noch mal fünf Stunden und dann... Machen wir die nächste Aufnahme. Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, die Haken alle? Hehehehe. Ich hab das... Ne. Ich sag nichts. Äh, bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, wir sollten das Spiel wechseln? Ja. Höh? Wo? Ach da. Was ist das? Es gibt einen Unentschieden. Handy hoch, Wochenende... Seid das jetzt eh abgelaufen? Ich hab... Jetzt hatte ich gerade die Alienwaffe gefunden. Toll. Das bringt jetzt richtig... Ich bin wieder Letzter. Ja, du machst was falsch. Ja, mach ich auch. Oh, Stufe 10, sehr gut. Stufe 8. Stufe 11. Stufe 9. Stufe 9. Wir haben ja bestimmt schon mal Arcade gespielt. Nein. Wie kommst du denn da auf? Ohne uns. Der zockt alleine. Also wir sind jetzt hier 35 Minuten. 35? 35. Wir spielen schon noch ein bisschen hier. 25 Minuten. Hm? Und... Oder wollen wir Schluss machen? Mir ist das egal. Nee, nee. Äh... Wir spielen schon noch eine. Ich würde sagen, wir machen bis eine noch. Los, komm, eine Karte noch und damit haben wir auf. Close Quarters? Äh, hier da, wie heißt es? Close Quarters. Das sieht geil aus. Oder Night Inferno. Ne, da kann man schwimmen, Close Quarters. Das ist ein Pool. Ja, deswegen ja nicht. Also... Aber Night Inferno hat die bessere Bewertung. Was willst du denn in dem Pool schwimmen? Oder? Das ist taktisch absoluter Unsinn. Komm, mach Night Inferno. Da gibt's ein Modified. Survive the Fight. Das ist noch besser. Leute, guck ich mal. Das sind alles nur 5 Minuten Maps. Ich würd ganz links die mit 15 Minuten. Oh, 15 Minuten. Komm, komm, komm. Mach 15 Minuten. Ja, passt. Ach, ist ja unentschieden. Aber nur 50 als Score. Ja, deswegen werden wir die 15 Minuten nicht erreichen. 2 Minuten nicht. Okay. Okay. Auf geht's. Im Schnee. Oh Mann. Hier ist ein Robis. Battle for the 4 Plays. Ne, voll los. Nur nicht in Far Cry 5 Arcade. Lord, guck mal. Alter, der ist mal voll ausgerüstet, ey. Warte auf Spieler. Warte auf Spieler. Ja, aber auch Defender oder Sniper? Warte auf Spieler. Wunder, wo nehme ich jetzt Sniper, gell? Ich nehm auch Sniper. Sniper hat ein Partner. Ich nehm Sniper. Äh, okay. Beim anderen hast du ne, beim anderen hast du ne automatische Shotgun. Oh, der Clown macht erstmal. Das ist der neue Joker eigentlich. Warte was? Du lol, das ist so blitzig. Was werfe ich da die ganze Zeit mit Tee? Deine. Komm hier. Loll, warum kann ich nicht da hin? Alter, jetzt kotzt es mich an, ey. Wieso geht da nicht die scheiß Leiter hoch, ey. Mann. Was ist das für ne scheiß Leiter? Boah ey, kotzt das Ding an, ey. Ich hab einen gekillt. Ich hab einen gekillt. Wer hat... Tim, hast du mich grade blockiert? Ne, ich steh hier oben. Scheiß, mich hat wer gesehen. Bist du hinter mir gestanden? Ne, ich steh hier hinten. Ich steh neben Manu. Wenn ich jetzt irgendjemand kill, dann bin ich dort. Ich hab mich grad voll gefreut, dass ich den ersten gekillt hab, ohne vorher gestorben zu sein. Hab ich mich auch. Dann lockt hinter mir mein Teamkamerad und ich kann mich nicht mehr wegbewegen. Ich auch, ich auch. Ich auch. Ich übrigens auch, ne, also. So. Ohne Scheiß, ich camp jetzt hier. Ich bin ne geile Statistik. Hier oben ist hier irgendwie keine Schwein. Keine Schwein. Was sind die? Keine Schwein. Hier ist keine Schwein. Ich bin noch Sender, ich bin keine Schwein. Oh. Die ist jetzt auf Biana. Wehe. Das bringt dir zwei überhaupt nichts, aber mach ruhig. Komm ich hier rüber? Ich bin mal ernst, wo sind die? Ja, frei mir auch grad. Oh Gott. Die Map ist ein bisschen... Ja, da vorne ist einer. Wir sind das. Ich ball einfach mal drauf. Ich bin schnell weg. Da kommt was zurück, deswegen schätze ich mal. Ah, ja. Alter, guck mal rechts oben ins Eck, da steht dein Team gewinnt. Oh! Winning! Was? Wie? 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 Das habe ich die letzte Stunde nie gesehen. Ich auch nicht. Ich freue mich grad. Leute, ich bin stolz auf uns. Jo. Die 60 Bilder laufen auch. Ich bin noch stolz auf mich. Bei mir bugts. Schade. Man kann nicht alles haben. Nee. Da ist einer dort unten, ja. Ja, da unten, genau. Mach den mal weg. Ich hab weggemacht. Ich hab weggemacht. Wo seht ihr die denn alle? Ich seh gar keinen. Weiß ich. Ja, also da unten, nur hinter den Containern. Ah, da, ja. Nee, ist einer im Haus, da hat einer gekämpft. Dann hab ich schön weggeniedelt. Oh, meine Eragos und Tim sind alle, ist alles in Form. Eragos, was hast du ausgewählt? Viper! Oh, ich, mich halt ihm. Mich hat ihm weggesnipert. Viper, viper. Okay, es gibt anscheinend wenig Fallschaden. Oh, da ist er weg. Bist du gerade ernsthaft durchs Fallschaden gestorben? Nee, ich hab gesagt, es gibt wenig Fallschaden. Weil ich gerade die halbe Mauer runtergeflogen bin und mir fehlt absolut nichts. Aha, ich hab einen. Oh, jetzt bin ich auch tot. Es ist egal, Leute, wir müssen einfach nur vorne bleiben. Ja, genau. Also, weiter geht's. Da unten ist jemand. Mit einem Graben. Wo? Aber ich, 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 wenn ich jetzt, ich kann snipen, aber ich werde nicht treffen. Oh, jetzt geht die Leitung direkt hoch. Wie geht das denn? Kann ich nicht locken. Uhuhuhu. Jetzt. Ivan Ivanov. Wo ist das nicht? Nee. Ich sprinte mal schnell weiter. Also, die Mauer ist echt kein schlechter Ort, finde ich. Hallo, ich will den da hinten ja snipen. So. Ey, guck mal. Du bist hier. Ich seh Pumjocke. Was? Ich fliege hier rüber? Okay. Für die Haupt, äh, für die Zugbrücke kommt jemand rein. Hä? Wo, wo, wo? Wo kommt der rein? Nee, äh, Retanin hat sich drum gekümmert. Achso, okay. Da oben ist grad jemand, der hochgeklärt hat, rechts, also. Ja, oben rechts, toll. Ja, ganz, ja, da, hier. Weiß nicht, was der jetzt da, oh, scheiße, ich hab ja Messer ausgerüstet, Digga. Das einzig wichtige, was hier ist, wir müssen dieses. Ah, warte. Wir müssen das halten. Ich glaub, wir haben den besseren Spawnpunkt. Wir müssen es halten. Hä? Wo? Ach, da oben. Uhuhu. Okay. Okay. So, äh, ich treff grad Leute, wo ich mir dachte, okay, der Schuss, der kann eigentlich nur daneben gehen. Boah, wir sind hier eigentlich... Oh, scheiße. Hä, wieso? Achso. Ich treff grad gar nichts, wo ich mir denke, es ist so wie immer. Komm ich hier hoch? Oh, oh ja, hier komm ich hoch. Ey, ich kann nicht, ich kann keinen Sniper spielen, ich treff einfach nichts. Das ist einfach schlimm. Alter. Okay. Mann, ich muss keinen keinen Sniper spielen. Ich, ich verstehe. 9 Minuten 40. Ich... Ich... Ich gehe neben... Ah, scheiße. Ich hab ihn im... Oh! Das, das müsste man filmen. Da geht. Das müsste man filmen. Super. Also wir können noch ein bisschen lauter reden, das Mischbild ist noch nicht am Peak Limit. Ich hab ihn im Lauf gekillt. Im Seitwärtslauf. Das war mal ein Kill. Okay. Oh nein, die holen wieder auf. Ne, wir sind nicht so was von am Gewinnen, ey, so geil. Ja, wir haben nur noch neun Minuten bis das Problem, ne? Wow! Punkt, Junge. Wie geht's? Das ist das. Achso, das sind ja Gorillers. Ist ja krass. Können wir die nicht freilassen für uns kämpfen? Ich hab's schon probiert, aber die Handgranate geht daneben. Hat er nicht gesagt. Ich hab schon probiert, die Gorillers abzuknallen. Alter, da ist bei uns hier ist jemand drin. Wo? Hat die Ingwer nicht? Ja, irgendwo, irgendwer schießt da mit nem Bogen. Alter, irgendwer schießt hier echt. Mit beschissenen Brandpfeilen. Alter! So, jetzt hat nicht einer. Von wo? Haben die ne Flach? Zeig mir von wo. Kann sein, dass ich so ein Abfall... Ein Abfallgeschütz hat da irgendwer. Ja, so hört sich's an. Was für ein Geschütz? Ein Abfallgeschütz? Ein Abwehrgeschütz. Ich hab Abfall... Ich hab Abfall verstanden. Wo? Also, ja... Äh, wahrscheinlich... Also, das ist ja mal richtig lame, ey. Die stehen fast in Deckung wahrscheinlich. Wo steht denn einer? Hinten gibt's so Flachgeschütze, mit denen können sie reinballern. Ah, jetzt. Leute, wir haben grad die Führung verloren. Ja. Ja, weil jetzt, wenn sie damit... Also, wir müssen ja... Warum, als ob die unbegrenztes Ding verwenden können, ist ja schon... Ich weiß jetzt zumindest wo. Hä? Wo hat der denn hin gezielt? Ach... Okay. Ah! Alter! Was? Ja. Genau. Das hab ich grad auch gedacht. Der muss ja gar nichts machen. Nö, der steht da einfach nur. So, letzter Versuch von der Seite. Ja! Ach komm, ey. Das glaub ich... Das ist... Das ist ganz ehrlich langweilig so. Ja, wir sind eh gleich fertig, deswegen. Geheil, nicht runterfallen! Oh, was ist das denn hier? So... Oh, da seh ich gar nix. Ich glaub so nicht, die stehen da voll in Deckung. Oh, dieses... Geräusch, wenn du gestorben bist, ne? Ich hab einen Gekilzer hinten. Ey, ich hab keinen Bock mehr. 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 Also genau, ich hab ja... Ich hab ja auch nur... Ich hab ja auch keinen entscheidenden Granaten als Sniper. Warum... Warum hat der eigentlich einen Bogen? Warum hat... Die haben andere Klassen, gell. Die Hunde brauchen mich so richtig nice, die Klassen sogar. Ja, scheiße. Oh nein, jetzt hab ich Sturmgewehr ausgerüstet. Nein! Manu, wir müssen mal schnell die Position da hinten ablösen. Schieß doch noch lange mit deinem Bogen hier gegen deinem Ding. So, voll die Ragequitt aus Rasterfolge. Weißt du? So, mit Springen ist man schneller, wie ich gehört hab. Okay, der hat mich gekillt durchs Fenster. Nicht schlichter Schuss. Nicht schlecht. Gehen wir mal da hin? Ne. Ja, wie willst du da hinkommen, ohne getroffen zu werden? Ja. Wir sind schon da. Achso. Wir schützen mich? Okay. Ach, scheiße. Ich hab schon so mehr... Oh, da oben, da oben, da oben auf dem Turm steht jemand und Sniper. Ah, jetzt sehe ich's. Ich weiß. Also bei uns auch? Ja, der war bei uns auf dem Wall auf der Außenseite. Ja, okay, gut. Und oben in dem Turm von dem auch einmal halt. Fuck, 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 fuck. Da komm ich leider nicht hoch, was ist das Problem? Das ist ein bisschen blöd. So, weiter geht's. Aber jetzt ist mir nächstes Mal das Flakfeuer weg. Ja, vorher ist bis irgendjemand... Das tolle ist, die haben einfach nur dadurch voll aufgeräumt bei uns. Guck, da ist Flakfeuer schon wieder. Ich hab gekillt den auf dem Turm. Du wirst gleich verlieren. Und damit auch die Aufnahme beenden wirst. Ja, der steht ganz hinten bei uns. Nicht im Ernst, oder? So. Wo steht der denn? Wow, alles klar. Ach, da hinten versteckt sich auch noch einer. Ja, also irgendwo von hinten. Ja, den hab ich eben auch zu spät gesehen. Vorsicht, die Fleck hat wieder gefeuert. Okay, und damit sage ich danke fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in einer anderen Folge auf dem Kanal wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh, Stufe 12. Stufe 10. Stufe 10. Es ist glaube ich egal auf welchen Platz du weißt, du kriegst überall gleich. Geben wir noch eine Runde? Nein. Doch, komm jetzt. Nein. Sag. Kufe 11. jewels.